Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus den Psalmen, Psalm 78, Verse 3 und 4. Ich finde diese Formulierung hier in dem Psalm interessant. Wir wollen es nicht verschweigen. Das, was wir empfangen, was wir erfahren haben, wollen, ja müssen wir teilen. Ich denke an die Apostel in Apostelgeschichte 4, denen Redeverbot auferlegt wird und dann sagt, ich glaube Petrus, wahrscheinlich Petrus, wir können ja nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das ist wie ein Echo von diesem Psalmwort. Und hier geht es darum, dass das, was wir erlebt haben mit Gott, dass wir gelernt haben über Gott, dass wir es weitergeben an die nächste Generation. Und es gibt ja in vielen Dingen so Pendelbewegung. Und vielleicht auch hier. Es gibt, ich höre manchmal noch Geschichten von Leuten, die zur Kirche gezwungen wurden und das alles mitmachen mussten, ob sie wollten oder nicht. Und da ist viel Leid passiert. Und das bricht mir das Herz, wenn ich das höre, wie auch zum Teil Menschen wirklich der Glauben madig, abspenstig gemacht wurde, weil er nur mit Zwang und Druck und manchmal sogar mit Gewalt verbunden war. Und wenn du das bist, will ich als Pastor sagen, es bricht mir das Herz. Und ich bitte dich um Vergebung für das, was du im Namen von Kirche und Glauben erlebt hast. Aber manchmal kippt das jetzt in das andere Extrem. Dann sagen Eltern, ja, wir wollen ja keinen Druck machen und keinen Zwang. Und mein Kind soll später das selber erkennen und sich selber entscheiden. Aber das Kind kriegt überhaupt keine Basis, um sich zu entscheiden, weil es überhaupt nichts lernt über den Glauben. Du kannst dich nicht entscheiden für etwas, wovon du gar keine Ahnung hast. Also irgendwo muss ja was rüberkommen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir unseren Kindern Freiheit geben. So machen wir das auch. In einem gewissen Alter kannst du dein Kind nur noch sehr bedingt zum Gottesdienst mitschleifen. Aber dass wir natürlich sie mit reinnehmen in den Weg des Glaubens. Es geht dann weiter in dem Psalm. Wir verkündigen dem kommenden Gerecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Zeugnisse erzählen von dem, was wir erlebt haben mit Gott. Gerade heute, gestern, aber auch schon früher. Teilen wir das mit unseren Kindern. Teilen wir das mit der jüngeren Generation, auch da, wo wir sind. Nicht nur die eigenen Kinder. Sondern da, wo wir mit anderen zu tun haben. Dass wir unsere Erfahrungen weitergeben. Nicht, weil wir uns in den Vordergrund stellen wollen, sondern weil wir Gott die Ehre geben wollen. Und weil er es wert ist. Das klingt so sehr nach Tradition. Tradition heißt ja Überlieferung, Weitergabe. Und es geht da nicht um die äußeren Formen, dass die genauso bleiben. Aber es geht darum, dass die nächste Generation diesen Gott kennenlernt. Und erfährt, was für einen Segen er für uns hat. Und wenn du eigene Kinder hast, will ich dir Mut machen, das weiterzugeben, was du von Gott erfährst. Und so wie sie es eben annehmen und hören können. Und wenn du bei der Arbeit oder in der Gemeinde mit Leute hast, die nachwachsen, die jüngere Generation, dann gib etwas weiter von dem, was du erfahren hast. Da kannst du ein Segen sein. Und Jesus, wir danken dir für das, was wir empfangen haben von unseren Eltern, von Leitenden in Gemeinde, von anderen, die einfach ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und danke, dass du uns da auch zum Segen machen willst, für die jüngere Generation, deine Wahrheit, deine Liebe, die Erfahrung deiner Wunder weiterzugeben. Dazu segne uns und mach uns zum Segen, Herr. Amen.